Grüezi und Hallo bei Swiss Laundry auf Nutzlein. Ich wasche heute noch ein wenig Feinwäsche. Der Trockner läuft auch schon. Da sind die Badezimmermatten drin und sonst noch ein paar Putzlappen und Putztücher. Aber wie gesagt, jetzt geht es um die Feinwäsche. So nehmen wir Feinseide. Alles rein mit. Geht das vielleicht ein bisschen schneller. Ja, 800 geht. Und dann nehmen wir 40 Grad. Das ist gut. Ja. Dann können wir schon starten. Ich nehme dazu das Formil Flüssigwaschmittel. Das für Buntes und Feines. Leider, leider haben die Rezeptur gewechselt. Das hat ein neues Parfum. Und das riecht echt zum... Also ich finde es furchtbar. Das riecht so wie ein billiges Raumdeo. Wie ein billiges Raumspray. Also nicht mehr frisch. Nicht mehr angenehm. Es riecht so schwer und irgendwie billig einfach. Also es riecht nicht toll. So streng. So richtig streng riecht es. Na ja. Werde ich nicht mehr kaufen. Aber aufbrauchen muss es halt trotzdem noch. Das ist so. Ich schmeisse das ja nicht weg. Werde zu überleben. Und ein anderes finden. Na wie wäre es mit Fokus. Das nimmt mich nämlich Wunder, was das ist. Wieso das die Beleuchtung, dass die die ganze Zeit flackert vor dem Andrehen. Bevor der Motor andreht, ist so ein leichtes Flackern zu sehen. Und würde mich noch interessieren, wieso das so ist. Ob das jemand genau weiß, wieso. So. Na komm, dreh. Nö, eh. Ich muss noch Waschmittel dabei geben. Ich zeige es dann nachher nochmal. Nö, ich weiß gar nicht, ist das schon mal. Ich habe hier, was immer noch angenehmt. Weil es ist so sehr, sehr spätig. also der fokus an diesem handy ist auch für ein arsch aber ich denke man kann es sehen man sieht so richtig blitzen ja vielleicht weiß jemand was das ist das flackern ob das ein überstrom ist der so gewollt abgeleitet wird oder oder wieso kann er sonst in die kommentare reinschreiben so 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 und auch hier wie ihr seht man kann kein wasser sehen das ist die tolle feinwäsche das tolle feinwäsche programm von bosch das wasser ist wirklich nur ganz unten also ist nicht mehr zu sehen wie beim baumwollprogramm oder so und das soll schonend sein fein ganz toll da kann man vielleicht ein wäschestück reingeben dann ist es vielleicht schonend aber sobald man ein bisschen mehr rein gibt ja 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.